Aerobic an der frischen Luft, eine Einzigartigkeit in der Hauptstadt der Turn- und Sportverein Neukölln 1865. Macht es möglich, jeden Montagabend wummert in der Silbersteinstraße fetzige Musik über die Trainingsstätte des Vereins. Hier ist halt ein ganzes Team dabei, was sich auch gegenseitig motiviert und auch sagt, schön, dass du da bist. Sicherlich ist jedem Aerobic vor allem durch die Stirnbänder und das rhythmische Gehen am Platz bekannt. Heutzutage ist Aerobic aber viel mehr, denn dieser Sport ist für alle Musikbegeisterten, Bewegungsfanatiker, Altersgruppen, Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Bei uns geht es wirklich im Gegensatz zum Fitnessstudio darum, einfach nur das Miteinander, Spaß an der Musik zu haben, an der Bewegung. Niki motiviert ihre Gruppe jede Woche aufs Neue und das schon seit mittlerweile 20 Jahren. Die erste Phase der Trainingsstunde ist das Warm-Up. Hierzu zählt ein intensives und ausgedehntes Erwärmen der Muskulatur. Darauf folgen Kräftigungsübungen und Aerobic, die vor allem das Herz- und Kreislaufsystem anregen und zur allgemeinen Mobilisierung der Gelenke beitragen. Vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen und von Bekannten zu Neuen Schrittkombinationen – für jeden ist etwas Passendes dabei. Ein entspannt, schonend ausgeführtes Cooldown lässt Nikis Stunde ausklingen. Es geht nicht darum, dass alle gleich sind und wenn alle mal nach rechts gehen und einer geht nach links, das ist völlig okay. Und auch wenn einer mal nicht so gut drauf ist, dann bleibt er halt und marschiert, bewegt sich. Zusammenhalt und Gemeinschaft werden hier groß geschrieben. Schließlich findet jeder Anfänger oder Fortgeschrittene bei diesem Sport Ausgleich zum Alltag, knüpft neue Kontakte und tut nebenbei noch etwas Gutes für die Gesundheit. Viele sind wirklich lange dabei. Wir sind Freunde geworden und wir gehen manchmal noch ein Trinken nach dem Training. Und das macht einfach Spaß, jede Woche wieder herzukommen. So stellten die Bewegungsfanatiker ihre Künste auch bei der 150 Jahre Jubiläumsfeier des Vereins zur Schau. Da haben wir halt dann über mehrere Wochen halt die gleiche Aerobikkombination geübt und die dann halt aufgeführt. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, das hat auch die Gemeinschaft nochmal ein bisschen gefördert. Die Aerobikabteilung des TUS Neukölln ist für Sie perfekt, wenn Sie es lieben, Sport an der frischen Luft zu treiben, eine neue Sportart zu entdecken und Kontakte knüpfen möchten. Lassen Sie sich vom Turn- und Sportverein Neukölln mitreißen. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Lassen Sie sich vom Turn- und Sportverein Neukölln mitreißen.